recht herzlich willkommen zur 108 folge von towns ja wir wollten hier oben weitermachen noch ein paar laternen aufhängen dafür müssen wir allerdings hier erstmal platz schaffen so wie das aussieht aber wenn es das würde ich jetzt nicht unbedingt das freuen wollen so da geht ja schon mal eine hin das heißt wir bauen da mal so ein paar scarpe holz hin dass man da einen hinbauen wo geht noch was nirgendswunder wohl da würde einer glaube ich hingehen oder doch nicht da liegt auch noch was green gel und aber da geht noch einer ein und dann geht da natürlich auch noch was laterne, laterne da, laterne dort und laterne dort und die anderen müssen wir definitiv da sind steine können wir gerade eben destroyen warte mal und das machen wir auch noch destroy green gel da ist noch nix hingekommen gucken wann die die laternen bauen da kommt schon die erste das bedeutet da kann man den skr folgt da ja weg machen und da einstellen und zweiten können wir dann auch an locken machen und den stellen wir da einfach ein, ne. Ah jetzt brauchen wir einen neuer oder wie sehe ich das? oh nein da kommen zwei und die tragen wir rüber, ok. Gut dann, dann müssen wir da hin. oh nein da haben wir jetzt noch die laternen. Dann ist auch licht. Gut wenn wir schon hier sind dann Eins, zwei, drei, ich glaube da kommt einer hin. Ja. Hier machen wir den Dreck weg und machen eine Laterne rein, ne? Die passen aber, die stehen da alle falsch irgendwie, ne? Obwohl ist die Frage, ob die alle passen, aber... Könnte wohl sein, ne? Da würde auch noch einen hinbekommen. Ich hätte jetzt fast schon gesagt, lass uns die mal besser da einstellen, ne? Da. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Kann ich den Stein da wegnehmen? Könnte ich den Laterne einstellen? Ich glaube nicht, ne? Ja. Und mal den Stein weg. Wird der da natürlich stehen, ne? Dann geht das so auf keinen Fall, ne? Könnte man Destroy Stockpile jetzt machen, oder nicht? Kann man ja. Wenn man will, kann man das. Und jetzt wieder einen Stockpile hin machen. Ne, Stockpile. Steine. Machen wir erstmal so. Dann stellen wir die Laterne da hin, weil ich glaube, wenn du ihn nicht hinstellst, dann würde das Feld jetzt wahrscheinlich wieder umgewandelt. in einen Stockpile, ne? Was darf mir hin? Das ist die nächste Frage jetzt, ne? Stone. So, die habe ich jetzt geunlockt. Ich mach nochmal einen Stockpile. Und ne mal von da bis da. Dann kommt noch eine Reihe mehr dazu. Der ist angelockt. Drei, eins, zwei. Der müsste dann da hin. Und die muss geanlockt werden. Da kommt ein Händler. Das war der Laufen, ne? Zwei, drei. Ja, da wäre die ein Wasser dann, ne? Glaubst du hier nicht auch das Tool hier mit der Erde? Ich glaube, ne? Geht das? Kann man den da hin machen oder nicht? Weiß ich nicht. Im Rahmen ist da drum. Ist die Frage, ob das einer macht. So, Händler ist da. Gucken wir mal grad. Ne, ist nicht da. Ah. Kavern is not ready to trade. Jetzt. Nicht jetzt. Okay, dauert noch. Hat er die da jetzt hingebaut, die Wasserstelle? Ich glaube nicht, ne? Jetzt ist der Händler da. Der hat Waffen mit. Und nicht nur Waffen. Die nehmen wir auf jeden Fall. Tische, Anwendung, ne? Die Rüstungen sind alle nicht so wichtig. Eisenwahn sind das Diametrack, ne? Können wir rein theoretisch alles selber machen. So. Was möchte er haben? Hier, Gel. Zack. 100 Gel. Will aber nicht handeln. Was haben wir denn hier schönes? Das ist doch ein schönes Teil. Das nehmen wir doch mal mit. Komm, fertig. Und weiter laufen lassen. So. Die Laterne ist weg. Die Laterne war richtig. Die kommt ja noch weg, ne? Dann können wir da nochmal eine anschließen. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da muss hin. Macht er da jetzt alle hin? Ja. Und hier. Müsste das hin. Dort. Gucken wir mal, ob sowas passiert oder nicht. Ob da einer mit dem Block kommt. Noch sehe ich den Rahmen. Da kommt einer mit dem Block. Aber den kann man noch nicht hinbauen. Das funktioniert nicht, der geht unter. Hm, schade. Warum geht das nicht? Die schwimmen dann weg. Okay, die Kerze ist dann da weg. Das passt alles soweit. Aber dann können wir noch ein paar Kerzen hinbauen. Und zwar hier. Die war falsch, die erste. So. Die zweite war richtig. Und die wäre auch richtig, glaube ich, dann da. Ja. Und da noch eine hin. 2, 3. 1, 2, 3. Da kommt eine hin. Passt das? Passt sogar. Die leuchten selbst. Auch schick, ne? Gut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da wird auch einen. Passt auch schon drüber auch hin. Gut. Das sieht hier oben aus. Licht leuchtet da überall wohl. Unlock. Und Unlock. Ja. Hier unten ist ein dichter Meer. Da gibt's noch Kerzen hinzustellen. Da gibt's noch Kerzen hinzustellen. 2, 3. Da. Ich glaube, da geht's nicht. Wenn ich die da hinstellen würde, dann würde ich hier, glaube ich, was mitnehmen müssen. 1, 2, 3. Da. Oh. 3 dazu. 45. Wahnsinn, ne? Ah. 9, 7, 9, 7, 10. Da unten fällt's auch noch. So. Zuordner, ne? Job Group. Der macht Essen. Der macht... Ertehelfer. Und der macht... Armanträger. Gut. Weiter reingeschaut. Ja. Hier oben können wir noch was abbauen, ne? Bauen wir das mal alles ab. Die wollen auch weg. Ja. Ist erstmal gut. Achso. Wir haben ja einen Händler noch da, ne? Wie sieht man dem aus? 41 Grüne noch. Okay. Klappt schon. Hier ist alles raus. Ja, ist alles raus. Sind auch zwei sogar drin, die nichts zu tun haben. Das heißt, es müsste hier schon wieder steigen. Sieht so aus. Gut. Essen wird gemacht. Hier sieht's eigentlich auch nicht schlecht aus. Hier passt irgendwas nicht so ganz, ne? Ich glaube dieses hier ist jetzt so richtig, ne? Zwei, drei. Eins, zwei, drei Kerze. Zwei, drei Kerze passt auch. Eins, zwei, drei. Ja, da ist dann das Problem mit dem Häuslein, ne? Das passt da nicht. Kerze. Zwei, drei. Zwei. Zwei. Da müsste da eine Kerze sein, ne? Diese Kerze wäre dann richtig. 3, 1, 2, 3 und da wäre die Kerze. 1, 1, 2, 3 Kerze. 3, 3, Kerze. Hier ist es richtig hin. Gut. 1, 2, 3, Kerze. 1, 2, 3, Kerze. Da habe ich nicht richtig geklickt. Unlock. Unlock. So richtig? Ich glaube schon, ne? 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. 1, 2, 3, Kerze. 3, 1, 2, 3, da wäre ne Kerze sogar. Das war alles hier nix. Das war ein Satz nämlich mit 6. Unlock. Der muss ne Kerze. Passt. Da drin wäre so. Kannste die mal anloggen. Die ist auch verkehrt. Die müsste man da hinstellen. Aber es ist auch alles halb so wild jetzt hier. Lassen wir mal so. Okay, der Händler ist wohl weg. Hat wohl alles geklappt. Schön. 48,5 haben wir da. Hier ist alles hell. Gucken wir mal runter. Abgebaut. Ne, sind sie noch bei. Geht aber auch voran. Alles im grünen Bereich, ne? So. Kann man da noch ne Kerze hinstellen. 2, 3, 1. Destroy Stone. Nochmal 1, 2, 3, 1. So sollte passen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier wird da ne Kerze hinstellen. 3, 1, 2, 3, da müsste ne Kerze sein. Und hier. Und hier. 1, 2, 3. Da ist 3 stone. Da eine. Ja. Da kommt auch eine. Wie ist es hier? 1, 2, 3. Müsst du da einen. 3 und da auch einen. Komm wohl hin. 3, 1, 2, 3. Kerze. Gut. Oh. Das Wasser ist zurückgegangen hier. Interessant. Da müssten wir eigentlich jetzt hier reingehen. Und da schnell Mauern ziehen, ne? Flutblocker brauchen wir da aber. Da sind Flutblocker. Jetzt weiß ich nicht, ob die da rein schaffen, ne? Hier ist ja ne Tür. Müsste also gehen. Nein. Da geht's nicht mehr auf. Und ein Floodgate. Und ein Floodgate. Ne. Das wird wieder nix. Da kommt der erste Stein. Aber leider ist der... Ah, da geht's. Kommt noch einer mit dem Stein. Aber es gestaltet sich schon schwierig, ne? Ja. Das hat schon top geklappt hier. Oh, da kommen drei ja gleich. Und der Held hat sich natürlich eingebunkert, oder was? Oh, toll. Die gehen da hin. Okay, der hat wenigstens geklappt. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch schnell zwei hin. Die gehen da hin. Dann mal sofort hier einen hier setzen. Vielleicht klappt das noch. Okay, das war gut. Kriegen wir den da noch hin? Nein, ne? Der wird aber da hinten hingesetzt. Das ist auf jeden Fall gut. Der hat sich auch nicht eingebaut. Noch besser. Hier vorne drei Stück hin. Das wäre super, wenn das jetzt passieren würde. Vorteilhaft wäre ja auch, wenn wir hier drei hinsetzen. Die wir dann anlocken können. Dann können die schnell rübergetragen werden, oder? Ja. Ja, der ging jetzt nicht. Top, ne? Wenn's nicht geht. Ja. Okay, dann würde ich auch sagen, soll's für die Folge auch erstmal genug sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.